Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Video Blog von Paxis. Wie ihr seht, ich seh ein bisschen kaputt aus, ein bisschen doof und alles. Wir haben jetzt 50 Likes auf Facebook. Also ich habe jetzt 50 Likes auf Facebook. Apropos, geht mal auf Facebook und liked mich, ja. Ich habe 50 Likes auf Facebook, deswegen dachte ich mir, time to suit up. Da bin ich wieder, der kleine Pax, der ist nur etwas besser angezogen. Passiert habe ich nicht aus, aber muss man ja auch nicht. Man kann auch ein bisschen, ne. Und, sieht trotzdem ganz schnittig aus, oder? Was sagt er? Passend zu 50 Likes. Und passend zu 50 Likes ist auch folgendes. Genau. Buschmilz, 21 Jahre alt, für die Jüngeren von euch, das ist Whisky. Böse, 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 Alkohol, aber ich bin schon alt genug, ich darf Alkohol trinken. Und natürlich ist für so einen Moment nichts Besseres geeignet, als dieser 21 Jahre alte Buschmilz, den wir jetzt hier uns gönnen werden. In diesem Sinne, Meine kleinen Süßen, wo ist mein Glas, hier unten? Schenken wir uns mal etwas ein. Ich hoffe natürlich, dass dieses Video auch alle anderen, die noch nicht bei Facebook sind, dazu animiert, mich auf Facebook zu liken. Vielleicht sollte ich anfangen, eure Videos nur bei Facebook zu veröffentlichen, dann habt ihr wenigstens einen Grund dazu. Auf euch, auf meine 50 Likes und auf alle Abonnenten von Praxis Let's Play Big. Auf euch, Jungs. Echte kubanische Zigarren natürlich. Aus Kuba. Der Anzug ist übrigens maßgeschneidert. Nichts von der Stange, nur das Beste. Der beste Whisky, die besten Zigarren und der beste Anzug. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Das Doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.